ARD Text im Auftrag von Funk Jo, hi! Und Willkommen, mein Name ist DaniBroLP Und ich bin MetalMarioBroStar! Und wir begrüßen euch zurück zu BROForce! BROForce! Yeah! Ich muss flexen! Ich hoffe, du hast es auch getan, my bro! Ja, natürlich! Ja, wir sind stehen geblieben bei Level 13, weil jetzt irgendwie alles voller Aliens ist! Wie es nur denn auch nicht! Ich meine, erst haben wir Terroristen aus dem Weg geräumt, jetzt hauen wir Aliens auf die Fresse! Ja, aber erst noch mal die Vögel im Plan! So, perfekt! Perfekt! Unser Mittagessen ist bereit! Yeah! Und Peter Aubergine! Unser schönes Hawaii! Im Sinne macht innerhalb unserer Grenzen weit entfremdet! Ja, das haben wir glaube ich schon gelernt! Ich glaube schon! Ich habe übrigens mal in den Achievements mal geguckt! Es gibt ein Achievements, das ist so übelst krass! Man muss das Spiel abschließen, ohne zu sterben! Ja! Ich habe einen Gegner auch gesehen! Das ist schon ein bisschen krass! Mal schauen, wie das Spiel immer geht! Okay, mein Kollege ist hier reingesprungen in die Kreissäge! Ist einfach so reingesprungen! Oh mein Gott, du bist der Auserwählte! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin gestorben, aber ich habe noch ein Leben! Ja, schieß! Und auch nicht! Aber da war eine Wege! Oh! Du hast mich totgetrieben! Weil du hier die ganzen Geschoss abgewählt hast! Ja! Warte mal! Die Kreissäge hat dich berührt! Warum bist du doch nicht tot? Du warst noch frei weit entfernt! ja man merkt das spiel ist echt nicht glitschfrei aber hey du hast den kaputt nach unten das ist der kreisdecker hast du das gesehen ich habe auch noch keine aliens gesehen glaube da ist nichts weiter ich glaube sonst lieber weitergehen oder da lang da sind ja jetzt haben gerade von euch gesprochen ich glaube sich rüber nach oben lang ja meine über den wolken und ich nehme wieder gute sache auch ich lebe nicht mehr aber da hat das wenn die man verprügelt aliens das überhaupt nicht der fall ist ich habe keine ahnung stimmt die man nie gesehen das meister ist universum master of the universe da wird man direkt mit dem ding gekillt es tut mir leid das war wohl nicht wieder aber schwer wer schwer braucht mehr schwerter was du bist dort ja ich glaube ich habe auch schon wieder vom tank gelandet da oben ist das ende aber leider ist da eine kreissäge jetzt ich habe die idee ich glaube auch ich meine auch aber ich habe da nie darauf geachtet hilfe bitte außer wir haben glaube ich aber ich das nicht es können noch nicht alles sein es muss nur noch mehr für uns geben ja in der zwei pro tokyo tamale eine dynamit angebracht es ist eine gute frage ich wollte einfach rein ich wollte den guten tag sagen warum hast du da trotz an ihn geworfen ich weiß nicht hast du schon mal trotter gegessen ja wie ist trotter eigentlich ich habe nicht gegessen das schmeckt wie hühnchen so ein bisschen weicher fände ich habe jetzt eher kräftiger im geschmack gerechnet ich wollte jetzt sagen hast du noch eine zweite kreissäge ich hätte lieber als hähnchen nicht ich habe nur ich als hähnchen ich hab Feuer, ich hab das Ding mit Feuer Ja, Mr. Tee verwindet einen Flammenwerfer Ah, oh Gott Ja, und jetzt bist du tot Ah, okay Ich glaube wir gehen einfach weiter Da ist doch oben weiter Hau ab Ich wusste, dass da oben eine Geisel ist Nein Nein Die Säge ist mir auf mich aufgefallen Ich bin einfach reingesprungen Ja, ich bin es wieder Sie schmorten, Digga Ich kann niemand auffallen Ich kann niemand auffallen Ach, Mann Man Man ist nicht so schnell rausgekommen Goodbye Ja 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 Aber weiter Ich bin nur von diesem Kollegen Ich bin nur von einem Ich bin nur von einem Ich bin nur von einem Auf cameraman Oh nein Oh nein Jetzt bin ich nicht mehr Sie schwarzen, Digga Ich glaub das Das ist mein Lieber, das ist mein Favorit, Bro. Ja, ich glaub's auch. Hier, come with me if you want to leave. So ein dicker... Ich frag mich, ob dieses Alien unbesiegbar ist. Weil ich glaub, irgendwie... Find es keinen Schaden. Hey, wer hat's geschafft? Oh, ich bin Robo, ich bin Strobo, stopp. Sind die auch noch Theoristen? Ich bin mit den Alien zusammen. Kein Wunder da. Ich bin tot. Oh nein. Und du bist Fieben! Was heißt Kohnen? Was heißt Kohnen? Oh! Was das denn bitte? Die laufen vor dem Auto weg? Das ist doch nur gefühlt mit Bomben! Yeah! Rui! Ey! Den, den, den mach ich auch mit dem Schwert. Kann ich nämlich das machen. Kann man auch denia? Na, na. Was ist das denn? Hm. Ah! Ich glaub, ich weiß, was es ist. Das ist genau... Das ist nicht diese A in... Pheromones. Und die wir beim letzten Mal irgendwie bekommen haben. Oh nein, wir sind tot. Ja. Ist tot? Ja, da war ne Säge. Ja, genau wie ewig. Ja, genau wie ewig. Aber ist egal. Da bin ich ja wieder. Ja, yeah! Einfach alles wegschießen da, was dich nie durch Nadel fest ist. Oh Gott. Ja, ich hab's nicht gedacht. Ja, das ist ja auch. Nein, nein. Ich hab's nicht gedacht. Das sind pheromones. für die jetzt die wir bei den letzten spezialeinsatz bekommen haben weiß noch überhaupt jetzt wir sind unterbezahlt Hey, we did it! Yeah! Oh, 5 mehr Rettung! So, zunächst die! Oh! Bei mir steht gar nichts! Also bei mir steht es da! Oh, ich bin Mr. T! Mr. T! Da und ist einer! Ich bin der Ausgabehälter! Oh mein Gott, ich bin Agent J! Passt ja perfekt! Keine Ahnung, wie ich dem Schwachsinn ausgearbeitet konnte! Wir rennen einfach mal! Ah, ich bin tot! Töne ich auch! Ich hab nur geflaggt den Tod! Ich bin Rambo! Ich bin Rambo! Du bist Chuck Norris! Ja! Ah! Wie bist du tot? Oh mein Gott, der kommt nicht! Oh mein Gott, der kommt nicht! Oh mein Gott, der kommt nicht! Ah! Wie bist du tot? Ich bin tot! Ah! Ich bin tot! Das war knapp! Ey, wer wäre, wenn ich das noch so scheinahre? Ah! Ah! Der kam aus dicht! Ich glaube, ich habe seine Bewegung so langsam raus! Oh, neuer! Double Bros 7! Na, das war schon mal! Ja! Oh Mann! Also an einen Helden müsste ich tatsächlich noch denken! Kennst du Steven Seagal? Ne? Ja! 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 Der hat noch die Föbelgebrechertricks und seine... Seine Messertricks! Oh ja! Könnte das vielleicht irgendwie eine Anspielung auf Steven Seagal sein? Ich bin mir nicht sicher! Ich weiß! Genau! Ich geh jetzt einfach mal hier hin! Ich bleib jetzt da einfach mal stehen! Ich kann die anderen halten Na mal ein Bro Ach Scheiß, okay, das ist deiner Ich mach den anderen Nein Warte mal Oh, ich bin ein MacGyver Ah Wo ist denn da wegkommen? Du bloß, du verwalteit das Ding, du Na Na Nein Ich glaube da oben wäre das Ende gewesen Oh, okay Okay Ah, ich wollte eigentlich nicht Oh, ich Kann einfach durch Ah, Alter Ah, ist immer diese blöde Säure, die mich erwischt Moment Mach es so Oh Und gleich nochmal Nein, ich bin tot Na, ich lehne dich ja Hey Der kam aus nichts Oh So, okay Nein Nein ich bin nicht Ja, wir haben es gespielt Weil was dazu ist Ich wollte ja nur den Rest geben Hier ich glaube dass dieser wurm glaube ich ja unser boss ist ich habe es irgendwie so warum ich habe keine ahnung es ist einfach passiert bei jedem stehen bleiben kann sich die bahn ist okay eigentlich immer sicher ja ja mein zweites leben ja der raketenwerfer diese verdammten terrorist genau halte was ein bisschen ich glaube ich hier ist ja den fast ist ja einfach ich habe die ganze ich muss sagen dass das war ein ziemlich einfacher bus wir sind in amazon in den wäldern wurden außerirdisch extremisten gesichter macht sie unterirdisch bedrohungsmeter holunder also sollen jetzt noch kommen also was sollten nach und dann noch kommen als dass das heidelbeer als nächstes mcbrow war ja ich bin mcbrow war und das ohne tic-tac oh mein gott diese ganzen explosion noch mehr sorgen die säure ja genau das kann die tequila werfen was auch immer das war es war ziemlich cool von beiden seiten von einem schwarzen länger zum nächsten schon das ende ja noch nicht ok wie ihn gibt es in meinem zeitalter nicht auch mit granaten werfen oh man das ist kacke ich schieße nicht so gern mit granaten werfen kann man kann man nicht mehr kann man viel weniger kaputt machen oh mein gott wirst du kämpft gegen er jetzt jetzt man kennt es ja 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 das wird das wird eine spezialfolge vom team sein es geht ja meine arme dafür auch im ziel und bin ich leuchten die terroristen ja ja die einen leuchten oben die anderen leuchten und die hachel mit hier ja ja steigt mein größter feind und ich bin säure ich wurde vom stein getötet ich muss es zu dem alien sagen du kommst vom planet die film sind super du musst dir ansehen ich habe glaube ich habe aber auch nicht alle gesehen das ding ist kommst du da hoch die gleichen gedanken ich meine wenn man ja bedingt dass stevens egal ja sogar ein eigenes eigenes spiel auf dem super nintendo hat doch damals hatte jeder irgendwie ein eigenes ja sogar stevens egal ich war da auf der kinderfrau vor nicht konsole mit den kinderfreundlichen spiel ich bin tot aber ich habe noch zwei leben du bist machete war machete den film habe ich gesehen das ist ein richtig cooler film deshalb würde ich so ein typ der läuft wirklich die ganze zeit mit der machete durch die gegend es geht auch noch einen zweiten film ich glaube machete kills ich habe den einen habe ich ja gerettet aber das ist die schwarze der ich habe das abends jetzt jetzt bewusst jetzt hier direkt weiter in der nächste folge da habe ich nämlich immer gemacht anstatt meinen ganzen level zu machen okay dann sehen wir uns in der nächsten folge da